Bei Wikipedia ist zu lesen, dass die Uralinder-Chronik angeblich 2004 vom Historiker Goffe Jensma eindeutig als eine Fälschung entlarvt wurde, im Folgenden nun die von Jensma verfasste These dazu. Zusammenfassung Der maskierte Gott François Haverschmidt und das Buch Uralinder Erstens das Problem Gegenstand dieser Studie ist das sogenannte Uralinder-Buch, eine rätselhafte Handschrift, die 1867 als Erbstück im Haus von Cornelius Over de Linden, 1811 bis 1874, auftauchte. Over de Linden, der als Schiffsbauer auf der Marinewerft in der Stadt Denhelda arbeitete, hatte das Manuskript angeblich von seiner Tante Afje aus der Stadt Enkuitzen geerbt. Das Buch wird als eine Chronik präsentiert, die von Over de Lindens Vorfahren von ca. 600 vor Christus bis 50 vor Christus verfasst wurde. Es wurde in einer Art Altfriesisch und in einer eigenartigen Schrift geschrieben, die Runen ähnelt. Das Buch handelt von der Geschichte der Friesen ab ca. 2200 vor Christus. Es erzählt von einer alten friesischen, freiheitsliebenden Zivilisation, die von Frauen geführt wurde und die den Grundstein für die gesamte spätere weiße westeuropäische Zivilisation legte. Im Laufe der Jahrhunderte wurde dieses friesische Reich von Phönizien, Galliern und anderen Stämmen, Völkern und Nationen erobert und korrumpiert, von denen einige aus klassischen historischen Quellen bekannt sind. Nachdem es 1872 von dem Altertumswissenschaftler Jan Gerhardus Othema transkribiert, übersetzt und veröffentlicht, sowie einer englischen Ausgabe von William Sandbach 1876 herausgegeben wurde, entpuppte sich dieses Oera-Linder-Buch langsam als eine der interessantesten Fälschungen der Literaturgeschichte. Der Grund dafür liegt sowohl in dem Buch selbst als auch in seiner bizarren Rezeption. Aus wissenschaftlicher Sicht wurde das Buch schon immer als Fälschung oder Hoax betrachtet, doch obwohl sich die Gelehrten einig waren, dass der Text nicht das war, was er vorgab zu sein, diskutierten sie weiterhin über die genaue Intention und rätselten über den Who'dunit. Wer hat's gemacht? Sollte das Buch als ungeschickte Fälschung oder als listiger Schwindel betrachtet werden? Was könnte das Motiv gewesen sein? Auf diese Fragen hat bis heute niemand eine überzeugende, definitive Antwort gefunden. In der Zwischenzeit hat eine andere Gruppe von Lesern dem Text Glauben geschenkt. Ursprünglich kamen diese Gläubigen aus friesischen Kreisen, aber im Laufe des 20. Jahrhunderts fand das Buch auch in Nazi-Deutschland und der New-Age-Bewegung der Nachkriegszeit Anhänger. Ungelöste Fälle wie dieser können leicht zu juristischer Kasuistik und zur angestrengten Darstellung von direkten Beweisen führen. Um dem Fall gerecht zu werden, habe ich stattdessen einen breiten kulturgeschichtlichen Ansatz gewählt. Welche literarischen, historiografischen, religiösen und biografischen Kontexte geben dem OERA-Linderbuch Bedeutung und Zusammenhänge? 2. Das Manuskript Die Untersuchung des Manuskriptes und des Textes selbst ist ein weitaus besserer Ausgangspunkt, zumindest vom methodischen Standpunkt aus, als die Suche nach der Identität des unbekannten Autors. Welche Intentionen und Widersprüche sind im Text selbst erkennbar? Das Manuskript, jetzt in Leuwarden, kann immerhin untersucht werden, während der unbekannte Autor nicht befragt werden kann. Im ersten Teil meiner Studie ging ich daher von der Fiktion des OERA-Linderbuches aus, d.h. ich nahm den Text für bare Münze, während ich gleichzeitig diese Behauptungen auf ihre innere und äußere Gültigkeit untersuchte. Außerdem stellte ich sie in einen kulturgeschichtlichen Kontext des 19. Jahrhunderts. In dieser Textanalyse beobachtete ich der Reihe nach folgende Themen. Äußere Merkmale, Sprache, literarische Struktur, historischer Inhalt, Verwendung von Quellen, Motiv und Genese. In all diesen Aspekten erweist sich der Text als äußerst ambivalent. Er ist eine bizarre Mischung aus Unbeholfenheit und Gelehrsamkeit, Unwissenheit und Überlegung, Analphabetismus und professionellem Können. Diese Qualität impliziert logischerweise, dass das OERA-Linderbuch eher als ironischer Hoax, denn als eindeutige Fälschung zu betrachten ist. In jeder der aufgeführten Hinsichten merkt ein aufmerksamer, nachfragender Leser, dass sein erster Eindruck bald revidiert werden muss. Das Buch ist nicht auf Pergament geschrieben, sondern auf maschinell hergestelltem Papier, das aus der Zeit nach 1850 stammt. Es wurde offensichtlich künstlich gebräunt. Beim Aufreißen zeigt sich die Innenseite des Papiers weiß. Obwohl die verwendete Schrift für einen Laien an Runen erinnern mag, entpuppen sich die Buchstaben bei näherer Betrachtung als gut lesbare römische Majuskeln. Die Art und Weise, wie diese Buchstaben dargestellt werden, verrät professionelle Sprachwissenschaftlichkeit. In ähnlicher Weise ist auch die Sprache des Buches, O-L-H-isch sozusagen, nicht das, was sie zu sein scheint. Es handelt sich nicht um eine noch unbekannte Variante des Altfriesischen, sondern um Niederländisch aus dem 19. Jahrhundert, das sich als Altfriesisch maskiert. Diese Kunstsprache ist nach zwei Grundprinzipien gebildet, die sich mehr oder weniger die Waage halten. Ein altfriesisches Profil in Wortwahl und Formen und Verständlichkeit durch moderne Syntax. Die Entscheidung des Autors, das Buch in dieser Kunstsprache zu schreiben, kann als Parodie auf eine damalige friesische Puristenbewegung verstanden werden. Einige friesische Schriftsteller aus der sogenannten Frisk-Selskip, friesische Gesellschaft, hielten das moderne Friesisch für eine korrumpierte Form des Altfriesischen und versuchten daraufhin, die friesische Sprache durch die Wiedereinführung älterer Formen und Rechtschreibung zu reinigen. Das O-L-H-isch und dieses sogenannte Iduna-Friesisch ähneln einander. Derselbe friesische Nationalismus mag den Autor auch dazu veranlasst haben, bestimmte Formen der Geschichtsschreibung zu parodieren. Die literarische Struktur des Buches, eine Rahmenerzählung, in der Over the Lindons Vorfahren als Erzähler fungieren, und die historische Inszenierung sind eine eindeutige Parodie dessen, was man als humanistische, fantastische, friesische Geschichtsschreibung des Mittelalters und des 16. Jahrhunderts kennt. Diese Parodie spielt nicht auf bestimmte historische Quellen an, wie von einigen behauptet wurde, sondern stellt das fantastische Bild des friesischen Altertums infrage, das noch im 19. Jahrhundert weit verbreitet war. Die Parodie besteht vor allem in der verrückten Übertreibung der mittelalterlichen und humanistischen Fantasien von der angeblichen frühen Größe und dem Adel der Friesen. Dieser groteske, überzeichnende Charakter macht das Buch schwer fassbar, weil er ein Hindernis für eine exakte, konsequente und logische Interpretation bildet. Diese groteske Parodie ist aber auch eine Illusion, die der Leser durchschauen soll. Dahinter verbirgt sich ein ernster gemeinter, religiöser Inhalt. Die Theologie des Altfriesen, die in dem Buch ausführlich beschrieben wird, ähnelt ausschließlich dem theologischen Modernismus, der in den 1850er und 1860er Jahren vor allem an der Universität Leiden aufkam. Ein Vergleich des OERA-Linderbuches mit den Ansichten von J. H. Scholten, einem führenden Professor der Theologie in Leiden, zeigt diese Ähnlichkeiten deutlich auf. Der Modernismus und das OERA-Linderbuch haben das gleiche Gottesbild, die gleiche monistische Weltsicht und die gleiche Sichtweise auf die menschliche Natur und die Entwicklung des religiösen Bewusstseins in der Geschichte der Menschheit gemeinsam. Aber nicht nur die spezifisch religiösen Passagen, sondern der gesamte Text kann unter diesem Gesichtspunkt verstanden werden. Gerade die Sprache, das OLH-isch, bietet sich für eine Fülle von Doppeldeutigkeiten an, die die zentralen Begriffe des Textes betreffen. Hinter dem Altfriesischen verstecken sich freidenkerische, modernistische Gläubige, die gegen die Finns und Magiars kämpfen. Das ist ein Wortspiel mit den Fähnen, einer abwertenden Bezeichnung für orthodoxe Protestanten, die an Magie in Anführungszeichen glauben sollen. Das Buch bezieht sich an dieser Stelle auf den sogenannten Richtigensstraet, einen konfessionellen Kampf zwischen Orthodoxie und freidenkerischem Modernismus, der Ende der 1850er Jahre innerhalb der niederländischen reformierten Kirche wie auch in der niederländischen Gesellschaft insgesamt ausbrach. So lässt sich das OERA-Länderbuch als Ganzes, nachdem alle Illusionen des Lesers durchbrochen wurden, am besten als eine Allegorie dieses konfessionellen Kampfes charakterisieren, die von einem modernistischen Standpunkt ausgeschrieben wurde und die historische Parodie als Vehikel benutzt. Nachdem ich schließlich die Entstehung des Manuskripts untersucht habe, komme ich zu dem Schluss, dass der Text kurz vor oder nach 1860 und von mehr als einer Person erstellt wurde, von denen eine ein ungebildeter Laie war, nämlich die Person, die das endgültige Kopieren des Buches vornahm, während eine andere Person, der Herausgeber, Gelehrsamkeit beisteuerte. Ich behaupte auch, dass dem endgültigen Text, jetzt in Form einer Chronik der Familie Overdelinden, ein allegorischer Text vorausging, der durch eine größere Einheit von Zeit und Ort gekennzeichnet war. Dieser Text wurde später in Stücke geschnitten und zur Chronik oder Rahmenerzählung neu zusammengesetzt. Diese ursprüngliche Version wurde sehr wahrscheinlich von einem dritten Mitwirkenden zusammengestellt. Bis zu einem gewissen Grad erklärt dieser spezifische Prozess die Ungereimtheiten des Buches sowie das Auftreten vieler schlecht geschriebener, langweiliger Auszüge in der zweiten Hälfte des Buches. Alles in allem verrät die Art und Weise, wie das Buch komponiert ist, dass die Autoren bewusst versucht haben, eine Reihe von anfänglichen Illusionen der Authentizität zu evozieren, die bei näherer Betrachtung nach und nach zerschlagen werden. Fast alle formalen Elemente tragen zu diesem Effekt bei und so entpuppt sich das Buch als avantgardistischer historischer Roman, zumindest so, wie diese Gattung im 19. Jahrhundert verstanden wurde. In zwei weiteren Aspekten ist das Buch bemerkenswert unkonventionell. Erstens, weil es nicht von einem Autor, sondern von einem Konsortium verfasst wurde und zweitens, was noch ungewöhnlicher ist, weil das Buch anscheinend absichtlich in Form und Inhalt korrumpiert wurde. Drittens, die Rezeption Gläubige und Fragesteller Die Absicht des Autors des OERA-Linder-Buches, wie im ersten Teil dieser Studie dargelegt, steht im Widerspruch zur Rezeption. Die Illusionen wurden nicht durchschaut. Der Hauptgrund dafür liegt in den Bemühungen des Altphilologen Jan Gehadus Othema 1804 bis 1879. Othema wurde 1870 buchstäblich zum Gläubigen des Textes und verbrachte den Rest seines Lebens damit, dessen Authentizität zu verteidigen. So wurde das Buch im Laufe der Rezeption zu etwas ganz anderem, als es der Autor beabsichtigt haben muss. Wie Othema erkannten viele Gläubige in Anführungszeichen den illusionären, ironischen, zweideutigen Charakter des Textes nicht, während andere, die Fragenden in Anführungszeichen, zwar von seiner Scheinhaftigkeit überzeugt waren, aber den Autor zu identifizieren versuchten, den Text aber nicht als literarisches Produkt untersuchten. Was im Text selbst ursprünglich zusammenhing, erwies sich in der Rezeption als getrennt und wurde auch mit unterschiedlichen sozialen Gruppen assoziiert. Die Fragenden rekrutierten sich in der Regel aus Gelehrtenkreisen, während die Gläubigen vor allem unter Laien zu finden waren und sind. Die Dynamik der Debatte wurde teilweise durch die Verachtung bestimmt, die beide Parteien füreinander empfanden. Auch die sozialen und kulturellen Verhältnisse spielen eine wichtige Rolle bei der Rezeption durch die Fragenden, in dem sie den Text als plumpe Fälschung behandelten, die Cornelius over the Linden geschrieben hatte, wurde der Text gesellschaftlich gesehen unschädlich gemacht. Andere, wie zum Beispiel De Jong in seinem »Het Geheim von Het Oehrer Länderböck«, in Klemmern »Das Geheimnis des Oehrer Länderbuches«, entschieden sich für die Interpretation des Buches als eine Fälschung, geschrieben von einem Mitglied der intellektuellen und gesellschaftlichen Elite, nämlich Elko Fairweiss. Die Diskussionen zwischen den beiden Parteien waren von »Ehrgefühlen« und »Stolz« geprägt und abgeschreckt. Die intellektuelle Elite konnte nicht akzeptieren, dass eines ihrer eigenen Mitglieder sie auf diese Weise hinters Licht geführt hatte. Die Rezeption des Oehrer Länderbuches als ernsthafter religiöser Text zeigt, dass im Laufe der Zeit der friesische Charakter des Textes an Bedeutung verlor. Auch das religiöse Interesse an dem Text erweist sich als häufiger, als oft angenommen wird. Zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg fand das Buch in »Nazideutschland« große Beachtung und heute ist es ein vielgelesener Text in angelsächsischen »New Age«-Kreisen. Wenn man das Buch als Maßstab nimmt, kann man die Frage nach der Kontinuität zwischen der deutschen Populärwissenschaft der Zwischenkriegszeit und der »New Age«-Bewegung stellen. Beide haben eine ähnliche Weltanschauung, die mit der Theosophie verwandt ist und die sich auch erstaunlich gut mit dem modernistischen Monismus des 19. Jahrhunderts verbinden lässt. Ein weiterer Grund für das anhaltende Interesse an dem Buch sind eine Reihe von populären Themen, die darin auftauchen. Matriarchat, verlorene Zivilisationen, Atlantis und auch die Überlegenheit einer nördlichen Zivilisation über die Klassische. Die Gläubigen, in Anführungszeichen, scheinen den religiösen, modernistischen Unterton des Buches zu spüren, ohne jedoch an seiner Authentizität zu zweifeln. Eine weitere Erklärung dafür ist, dass alle nicht-niederländischen Ausgaben auf Othemas eindeutiger, geradliniger Übersetzung beruhen. Viertens, die Autoren Die Beglaubigung durch Jan Gehardus Othema und seine teilweise betrügerische Verteidigung des Buches können nur teilweise als Ausdruck spezifischer biografischer Umstände oder psychologischer Eigenschaften erklärt werden. Sein Verhalten muss auch als eine typische Mischung aus historiografischen Positionen und religiösen Präferenzen verstanden werden. Othema war ein Spross einer historiografischen Tradition, die viel spekulativer war als die um 1860 in den Niederlanden aufkommende historisch-kritische Schule, die eine strenge Quellenkritik vertrat. Diese historiografische Position schloss seinen Glauben an das Buch nicht aus. Allerdings war auch für ihn der religiöse Unterton ausschlaggebend für seine eigene Unterwerfung unter das OERA-Linderbuch sowie für den Erfolg, den er damit zu Lebzeiten erzielte. Unterstützung fand er vor allem bei den Anhängern der sogenannten Groninger-Richtung, einer theologischen Bewegung, die der Moderne vorausging. Kurz nach 1900 präsentierte Johann Winkler, 1840 bis 1916, ein Arzt aus der friesischen Hauptstadt Leuwarden, eine neue Sicht der Dinge. Er war davon überzeugt, dass Cornelius over the Linden das Buch nicht allein geschrieben hatte, wie damals allgemein angenommen wurde, sondern dass es ein Gemeinschaftsprodukt von François Haverschmidt, einem modernistischen WK und Dichter, Elko Fairweiss, einem Archivisten und Bibliothekar, und dem Schiffsbauer Cornelius over the Linden war. Er argumentierte auch, dass Haverschmidt, den er für den Hauptautor hielt, das Buch geschrieben hatte, um aus seiner eigenen modernistischen Sicht die Spießigkeit der Heiligen Schrift zu beweisen. Winklers Ansichten passen zu den Ergebnissen meiner eigenen Textanalyse. Auch ich behaupte, dass mehr als eine und wahrscheinlich drei verschiedene Personen an dem Text gearbeitet haben müssen und dass es sich bei dem Buch in seinem Kern um modernistische Theologie handelt. Darüber hinaus behaupte ich, dass Winklers Sicht des Falles von einem anonymen Informanten aus der Familie over the Lindens stammt und aus diesem Grunde als zuverlässiger angesehen werden kann, als allgemein angenommen wird. Ich nehme diese beiden Umstände als Argument, um Winklers Ansichten im weiteren Verlauf dieser Studie als Hypothese zu verwenden. In den drei längeren biografischen Kapiteln dieser Studie diskutiere ich die möglichen Rollen und Beiträge von Over the Lindens, Fairwise und Haferschmidt. Over the Lindens war ein weitaus komplexerer Mensch, als man aus seinem Beruf schließen würde. Er war ein begnadeter, leidenschaftlicher Autodidakt, der dennoch seine Grenzen hatte, ein Freidenker, der vom Phänomen der Religion besessen war und der in endlosen Abhandlungen versuchte, den orthodoxen Glauben, der ihm in seiner Jugend aufgezwungen worden war, wegzurationalisieren. Ein genauer Vergleich seiner Schriften mit dem OERA-Linderbuch führte zu folgenden Schlussfolgerungen. Erstens kann bewiesen werden, dass die Geschichte, die Over the Lindens über die Herkunft des Buches erzählte, eine komplette Erfindung war. Außerdem scheint Over the Lindens zu ungebildet gewesen zu sein, als dass er das Buch ganz alleine hätte schreiben können. Andererseits erweist er sich als gut informiert über den genauen Inhalt des Buches, sodass er ohne Bedenken als Mittäter angesehen werden kann. Schließlich erweist sich die Art der Fehler, die er in seinen eigenen Schriften macht, als ähnlich zu denen im OERA-Linderbuch und dies entlarvt Over the Linden als die Person, die die endgültige Abschrift in den OLH-ischen Runen transkribiert hat. Eine Folge von Over the Lindens Beteiligung, die in der verfügbaren Literatur bisher nicht genug betont wurde, ist das enorme Ausmaß von Täuschung und Betrug in diesem Fall. Sowohl gegenüber Othema, mit dem er sehr häufig korrespondierte, als auch gegenüber seinen eigenen Kindern und gegenüber der Öffentlichkeit spielte Over the Linden den Unschuldigen. Wahrscheinlich glaubte er auf seine Weise an das Buch, nicht weil er es für authentisch hielt, sondern weil er es für eine Bibel der Freidenker hielt. Over the Lindens mangelnde Bildung verursachte die Korruptionen, Fehler und Ungenauigkeiten im Manuskript. Andererseits war der sprachliche Witz, der den Text ebenfalls kennzeichnet, wahrscheinlich hauptsächlich das Werk von Elko Fairways, gelebt 1830 bis 1880. Er war zu seiner Zeit einer der herausragendsten Editoren mittelniederländischer Texte und eine Analyse seiner Arbeit zeigt, dass er mit Form und Inhalt alter Handschriften bestens vertraut war. Ein bemerkenswerter Aspekt von Fairways' Fachkenntnis war, wie ich vermute, seine Auffassung, dass Over the Lindens Fehler das Eure-Linder-Buch nur noch authentischer erscheinen lassen konnten. Fairways war ein Mann mit widersprüchlichen Eigenschaften. Er war ein kluger, gelehrter, fleißiger Philologe und Kulturhistoriker, aber mit einem schlechten Charakter. Er hatte die Angewohnheit, Menschen zu beleidigen und verhielt sich oft heuchlerisch und ohne Rücksicht auf Verluste. Diese Eigenschaften schließen sicher aber nicht aus, dass Fairways die Person war, die mit List und Tücke das Eure-Linder-Buch lancierte. Mehr als drei Jahre lang, von 1867 bis 1870, gab er vor, Zweifel an der Echtheit oder Fälschung des Manuskripts zu haben, eine Haltung, die mit seinen eigenen Kenntnissen und Fähigkeiten völlig unvereinbar war. Andererseits bedeutete Fairways' Verhalten während der Einführung, dass er bewusst das Risiko einging, seinen Ruf und möglicherweise seine Karriere zu gefährden, sollte der Schwindel jemals aufgedeckt werden. Durch sein Amt als Provinzarchivar bezog er die Provinzregierung von Friesland in die Affäre mit ein und zog auch seinen ahnungslosen Freund, Präzeptor und späteren Vorgesetzten Matthäus de Vries mit hinein. Eine plausible Erklärung für dieses Verhalten, abgesehen von Fairways' Charakter, liegt in der extrem komplizierten Art und Weise, wie das Buch auf den Markt gebracht wurde, im Vergleich zu anderen Fälschungen und Hoaxes. Ich schlage vor, dass der Weg von Over the Linden zu Othema, auf dem das Manuskript innerhalb von drei Jahren durch die Hände von nicht weniger als fünf verschiedenen Personen ging, zwei verschiedene Versuche umfasst, das Buch zu lancieren. Ein wichtiges Element der Zusammenarbeit zwischen Fairways und Over the Linden ist die Art und Weise, wie sie sich als Personen mit gegensätzlichen Interessen darstellten, mittels eines Briefwechsels, der Teil des Schwindels war. Der gelehrte Fairways ließ es so aussehen, als ob der einfache Schiffbauer Over the Linden das Manuskript wegen der Ehre seiner Familie nicht herausgeben würde, während Over the Linden seinerseits Fairways als faul und gleichgültig darstellte. Später, als die Affäre um ihrer Karrieren und ihres Rufes willen vertuscht werden mussten, konnte diese Strategie fortgesetzt werden. Eine Folge dieser Vertuschung ist, dass der letzte, der von Johann Winkler genannten Autoren, nämlich François Haverschmidt, 1835 bis 1894, nie enttarnt wurde. Die Möglichkeit seiner Autorschaft ist in der Literatur nie systematisch untersucht worden. Nichts ist jedoch plausibler, als dass er es war, der das Buch veranlasst hat. Sein literarischer Stil ähnelt dem OERA-Länder-Buch in vielerlei Hinsicht viel mehr, als der seines Intimfreundes Fairways. Außerdem erfüllt Haverschmidt die notwendige Bedingung, dass er als Vicar in Den Helder Over the Linden gekannt haben muss, zumindest als Mitglied seiner Gemeinde. Das OERA-Länder-Buch passt zu der Art und Weise, wie sich Haverschmidt's literarische Karriere entwickelte. Schon als Schuljunge, der das Gymnasium in seiner Heimatstadt Leuwarden besuchte, hatte er mit literarischen Formen experimentiert, die dem OERA-Länder-Buch ähneln. Darüber hinaus gibt es auch Ähnlichkeiten im literarischen Inhalt. So verfügte er über eine erstaunlich gründliche Kenntnis der altfriesischen fantastischen Geschichtsschreibung, die für die Realisierung des OERA-Länder-Buches so unverzichtbar war. In seinem veröffentlichten literarischen Werk, zum Beispiel in den bekannten Snicken en Grimleiches, angeblich von seinem fiktiven Alter Ego Piet Paltjens verfasst, werden Friesland und Jeolde Friesland parodiert, genau wie es im OERA-Länder-Buch der Fall ist. Ein Vergleich einiger Texte von Haverschmidt mit Auszügen und Themen aus dem OERA-Länder-Buch brachte überraschende Ergebnisse. So stieß ich im OERA-Länder-Buch auf eine Karikatur des friesischen Dorfes Völdgum, in dem Haverschmidt von 1859 bis 1862 als Vicar tätig war. Ein anderer Text, der aus der gleichen Zeit stammt, muss, wie das OERA-Länder-Buch, als Allegorie der Richtgenstraet bezeichnet werden. Darüber hinaus konnte ich auch Haverschmidt's modernistische, theologische Anschauungen und das OERA-Länder-Buch miteinander in Beziehung setzen. Einer der auffälligsten Aspekte in Haverschmidt's Werk ist eine konservative Art von Ironie, die die Kluft zwischen Wissenschaft und Glauben zu überbrücken scheint. Die historisch-kritische Methode etwa, die bewiesen hatte, dass die friesische fantastische Geschichtsschreibung Fiktion war, stand im Widerspruch zu Haverschmidt's Faszination für eben diese Fantasien. Die gleiche Ironie war auch in theologischer Hinsicht wirksam. Der Wunsch, auf eine kindliche, selbstverständliche Weise an Gott zu glauben, stand im Widerspruch zur modernistischen Theologie, der Haverschmidt seit seinem Studium in Leiden anhäng. Der Modernismus versuchte, Theologie und Naturwissenschaft zu versöhnen und akzeptierte deshalb keine Wunder. Und er betrachtete die Bibel nicht mehr als Gottes heiliges Wort. Stattdessen betrachtete sie die Natur und die Geschichte so, als wären sie Rätsel, die Gott vom Menschen lösen will. Dies sind genau die Ansichten, die von Scholten und Haverschmidt geteilt wurden und die im OERA-Linderbuch erscheinen. Die Essenz von Haverschmidt's Ironie besteht darin, dass er die Vielfalt und Verschiedenheit der Welt um ihn herum als Erscheinungen betrachtete, hinter denen eine essentielle Einheit, Gott, verborgen war. Er sah es als seine Aufgabe an, diesen Gott in der Welt wie auch in sich selbst zu entlarven. Die Intention der Allegorie der Richtgensträt ist ein Ausdruck davon. Hinter der Vielfalt der Überzeugungen muss man den einen wahren Glauben suchen. Haverschmidt, so möchte ich vermuten, schrieb die Urfassung des OERA-Linderbuches in Vodgum. Dort diente er, ein geheimter, junger, und verheirateter, modernistischer Vicar in einer überwiegend orthodoxen Umgebung. Ich vermute, dass sein Motiv, das OERA-Linderbuch zu schreiben, in seinem Bewusstsein dieser Antithese liegt. Wenn die breite Öffentlichkeit die Illusionen in dem Buch durchschaute, dann konnte er, so Winkler, vortreten, um ihnen zu sagen, dass der Fall der Bibel nicht anders sei. Nachdem er Over the Linden einige Jahre später in Den Helder kennengelernt hatte und mit der Hilfe von Fairwise und Over the Linden erhielt das Buch seine endgültige Form. Außerdem würde ich vermuten, dass das Buch 1867 noch nicht fertig war, sondern dass die zweite Hälfte im Sommer 1869 etwas hastig geschrieben wurde. Nachdem Othema sich unerwartet auf das Manuskript eingelassen und damit das Erscheinen der Autoren unmöglich gemacht hatte, hielten sich Fairwise und Over the Linden aus dem Ärger heraus, indem sie weiterhin nach Strich und Faden logen. Haferschmidt hingegen mobilisierte sein literarisches alter Ego. Bei der Enttarnung seiner Verwicklung benutzte er den fiktiven Piet Paltjens, um die Kluft zwischen Geständnis und Dementi zu überbrücken. Er gestand und leugnete also gleichzeitig. In seinem Werk Snicken en Grimleiches, dem Gedichtband, der angeblich von Piet Paltjens verfasst wurde, hatte Haferschmidt genau dasselbe literarische Mittel verwendet. Er war Piet Paltjens und doch war er es nicht. Paltjens schafft eine Illusion der Authentizität auf die gleiche Weise wie das Oära-Linderbuch, mit dem einen Unterschied, dass die Öffentlichkeit zwar immer stillschweigend angenommen hat, dass Haferschmidt tatsächlich Snicken en Grimleiches geschrieben hat, aber niemand hat es je gewagt, sich vorzustellen, dass er in ähnlicher Weise auch für das Oära-Linderbuch verantwortlich war. Oära-Linderbuch 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 Oära-Linderbuch